Hallo zusammen, hier ist wieder heute und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal zeigen, wie ihr die beiden Extra-Dungeons in Battle for Azeroth freischalten könnt. Und zwar gibt es ja insgesamt 10 Instanzen, die ihr hier seht und ihr könnt aber im mythischen Modus allgemein nur 8 laufen, beziehungsweise auch im low-rim Schwierigkeitsgrad nur 8 laufen. Es gibt nämlich zwei Instanzen, und zwar einmal die Belagerung von Boralos und die Königsruh, die ihr erstmal nur im mythischen Modus laufen könnt und die ihr erst laufen könnt, wenn ihr sie freigeschalten habt. Wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes zeige ich euch aber erstmal, wo die Instanzeingänge sind. Und zwar haben wir hier die erste Instanz, das ist hier, wie ihr seht, die Königsruh. Und da sind wir einmal auf Zandala und dann hier in Zuldasa. Und die befindet sich hier hinten drin und ihr seht schon, die ist quasi hinter der anderen Instanz, die wir schon kennen. Tal-Daza, keine Ahnung, wie die heißt. Tal-Daza, Tal-Daza, genau, so heißt der Laden. Normalerweise würdet ihr hier reinlaufen, dann kommt ihr aber in die erste Instanz und da wollen wir nicht rein. Und zwar gibt es hier einen kleinen Weg, den wir hier außen rumlaufen können und der heißt nämlich der Goldweg. Und diesen Goldweg müssen wir einmal beschreiten, um quasi zur Königsruh zu kommen. Und ich erkläre euch jetzt erstmal, wie ihr dann auch in die Instanz reinkommt, denn ihr werdet gleich sehen, wenn wir dran sind, wir können die Instanz nicht betreten, bevor wir die Voraussetzungen nicht haben. Und die unterscheiden sich bei Allianz und Horde ein bisschen, denn es gibt jeweils eine Allianzinstanz und eine Hordeninstanz und quasi sind die Voraussetzungen genau einmal geswitcht, ja, die man quasi benötigt. Und für die Instanz, die wir jetzt reingehen, also die Königsruhe, ist es so, dass die Allianz die Kriegsmission auf einen gewissen Stand bringen muss. Und zwar haben wir da nämlich ein Kleinus Achievement. Das müsste unter Quests drin sein und dann Battle for Azeroth. Und wenn wir hier runter gehen, haben wir hier Gerüste zum Krieg, genau, das ist die War Campaign. Und die müsst ihr auf den siebten Stand bringen. Ihr seht hier, ich bin gerade beim sechsten Stand und kurz vorm siebten, denn den siebten kriegt ihr erst freigeschaltet, wenn ihr einen Ruf bei der siebten Legion habt von Minimum 7500, ich bin jetzt bei 7085, heißt, langt leider nicht ganz, ja. Ich habe dazu schon alle möglichen Worldquests gemacht und alles. Ich dachte, ich kriege das in dem Video noch mit reingepackt, leider habe ich hier nichts mehr offen. Ich werde gleich nochmal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert. Jetzt schauen wir erstmal den Instanzeingang an, den haben wir hier oben. Wir sind jetzt halt quasi einmal durch die Instanze durchgelaufen, hier haben wir auch einen Ruhestein. Und wenn ich jetzt hier reinlaufe, kommt kurzer Ladebalken und es kommt hier, Voraussetzungen nicht erfüllt, die Kriegskampagne muss ich ein bisschen weiter basteln. Und ja, das ist genau dieser Punkt, den wir hier haben. Wie gesagt, Blut im Wasser ist der siebte Punkt. Übrigens, das gleiche ist dann für die Horde, um die Schlacht von Boralus freizuschalten, müsst ihr eure Kriegskampagne soweit spielen, auch sieben Punkte, also auch den Ruf hier auf 7500, dass ihr die Boralus-Instanz einmal freischalten könnt. Ruf kriegt ihr übrigens für die siebte Legion, beziehungsweise bei Horde für die Eidgebundenen, einfach dadurch, dass ihr Worldquests macht, dass ihr die davorliegenden Kriegskampagnen durchbastelt, dass ihr Sidequests macht auf dem jeweiligen gegnerischen Kontinent, sprich für Allianz, dementsprechend auf Zuldazar oder Zandala im Allgemeinen, ist es so, dass ihr auch einen Haufen Sidequests habt. Lauft es einfach mal ab, erkundet es mal komplett und dafür bekommt ihr unter anderem auch Ruf. Ihr kriegt auch Ruf für eure Kriegsfraktion, indem ihr hier auf dieser, ich kann euch das gleich mal zeigen, es gibt nämlich so eine kleine Map, wo ihr Inseleroberungen machen könnt und dort gibt es eine Weekly quasi und diese Weekly ist so, dass ihr 40.000 Atherite, glaube ich, sammeln müsst. Das haben wir hier. Und wenn ihr die 40.000 hier oben abgeschlossen habt, ich habe sie abgeschlossen, kriegt ihr eine Quest, die bringt euch einmal 1.500 Ruf. Das ist relativ viel, das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und zusätzlich könnt ihr natürlich für die siebte Legion oder die Eidgebundenen, wenn ihr Horde seid, jetzt schauen wir, dass wir da nicht runterfliegen, könnt ihr natürlich Missionen machen hier über den Missionstisch und dementsprechend dann Ruf-Tokens kriegen. Ich habe jetzt hier zwar geile Champions von Azeroth, also nicht die richtige Fraktion, aber es gibt da noch einen Haufen andere quasi, wo ihr dann auch von der siebten Legion den Ruf bekommt. Genau, dann kommt ihr die siebte, quasi die siebte Kampagne und dann könnt ihr in die Instanz rein. Wie gesagt, bei Allianz ist es dann die Königsruhe und bei der Horde ist es dann die Schlacht um Boralos, die sich hier unten befindet. Zumindest ist da der Allianz-Eingang. Ich nehme mal an, die Horde wird einen anderen Eingang kriegen. Und ja, da können wir mal kurz reingucken. In die komme ich schon rein, denn das ist die andere von den beiden Instanzen und da sind die, wie man sie freischaltet, quasi wieder genau andersrum. Es ist nämlich so, dass du als Allianz, um diese Instanz freizuschalten zu können, du quasi alle Geschichtsstränge von allen drei Gebieten auf Kultiras durchspielen musst. Das heißt, du musst, jetzt sind wir hier in der Instanz drin, ich kann sie auch gleich einen Ticken zeigen, du musst quasi einmal das Sturm-Sankental komplett durchquesten, alle Geschichtsstränge. Das heißt, die Kapitel hier, 8 von 8. Dann, ähm, hier brauchen wir ein Tires Garde Sun, brauchen wir 7 von 7. Und hier in Drustwar brauchen wir 10 von 10. Wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr nämlich ein Achievement. Das müsste das hier, ne, das müsste nicht das hier sein. Kulturis heißt das, genau. Dann habt ihr nämlich das hier. Und dann kriegt ihr eine Endquest. Und zwar ist diese Endquest einmal hier bei eurem Hauptlager, ne, kriegt ihr diese Endquest. Und dann müsst ihr eine relativ lange Questreihe spielen. Da müsst ihr quasi in jedes Gebiet nochmal einmal gehen. Ich spoiler jetzt mal einen Ticken. Es geht darum, dass wir Jaina wiederfinden müssen. Die wurde ja von ihrer Mutter verstoßen und die müssen wir wiederfinden. Und das ist eine relativ lange Questreihe. Das heißt, ihr müsst, äh, in Tires Sonde Garde müsst ihr Quests machen, im Sturmsangental, in Drustwar. Und ihr müsst euch jeweils immer eine Instanz machen. Das heißt, ihr müsst hier diese komische Gefängnisinsel machen. Diese Sturm-Indie müsst ihr machen. Diese Geisterhaus-Indie müsst ihr machen. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, alle Indies müsst ihr machen. Und am Schluss ein relativ cooles Szenario. Es sind auch viele Cutsequenzen. Das will ich jetzt gar nicht spoilern. Ist eine coole Sache. Und wenn ihr alle das gemacht habt, das dauert schon mal, naja, zwei, drei Stunden könnt ihr mal verbuchen. Äh, gut, ich hab's relativ geslackt gemacht. Ich hab zwischendurch immer Schätze gesucht. Ist egal. Auf jeden Fall, es dauert ein bisschen. Drei Indies müsst ihr unter anderem machen. Dann bekommt ihr Stolz von Kul-Tiras. Und wenn ihr das Achievement habt, seid ihr mit Kul-Tiras-Questen komplett fertig. Und dann könnt ihr hier nach Boralos rein, ja. Also in die Schlacht von Boralos. Die ist aber, wie gesagt, nur mythischen Modus. Heißt, ähm, auf Horden-Seite gibt es wahrscheinlich ein paar Dorn dazu. Heißt, ihr müsst auch wieder alle Gebiete durchquesten und dann eine Endquest machen, die wahrscheinlich auch wieder Instanzen mit einschließt. Und dann könnt ihr in die Koenigsruhe rein. Also es ist quasi immer so, die Instanz, die auf dem eigenen Kontinent ist, müsst ihr alle Gebiete durchquesten plus Endquest machen. Dann könnt ihr in die eigene Instanz rein. Die Instanz, die auf dem anderen Kontinent ist, dafür müsst ihr dann eure Kriegskampagne vorantreiben. Und zwar sieben von acht, ähm, Abschnitte quasi. Und das sind 7500 Ruf. Dann könnt ihr den siebten Abschnitt machen. Ich glaube, der letzte ist dann erst mit respektvoll, aber da bin ich noch weit weg. Wie gesagt, hier, ich brauche jetzt noch knappe 500 Ruf, um die War-Campagne noch zu kriegen. Ich denke mal, morgen oder übermorgen werde ich das vollkriegen. Dann kann ich auch noch in der ersten Woche in die beiden oder in die zweite Mythisch-Instanz, die man freispielen muss, reingehen. Die werde ich jetzt wahrscheinlich gleich machen. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Ich weiß, es ist ein bisschen, äh, verzwirbelt, weil quasi genau, äh, bei der anderen Fraktion, äh, die Voraussetzungen umgedreht sind für die Instanzen. Aber wenn ihr sowohl die Warfront als auch die eigenen Gebiete, äh, Warfront, sag ich, die Kriegskampagne durchgequestet habt, als auch die eigenen Gebiete komplett durch habt, habt ihr am Ende beide Instanzen freigestalten. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mich, äh, hier positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.